Wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor dem anderen geschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen Tai-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Der... Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der Imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellen-Allianz. Wir ergeben uns. Kontaktier sofort den General. Du hältst es für eine Falle. Und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben brennen. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorn an. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein. Das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Brando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Brando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst, Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Satellit zerstört. Hey, Vorsicht! Ich sehe es. Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Erst die äußeren Satelliten ausschalten, falls nötig. Doch! Zweiter Satellit erledigt. Danger 5, Ihr Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Weiter! Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher es zieht sicher. Bestanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6. Vergessen Sie nicht, wir schießen jetzt auf TIE-Jäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut. Zeig für den Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Guter Schuss, Commander. Hey, hey. In meiner Einheit ist sie kein Commander. NABU ist ein bisschen sicherer geworden. Wir geben alles. Noch ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden Sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Sie wissen, was zu tun ist. Am besten zerstören Sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Und noch einer. Guter Schuss, Versio. Verstanden, Staffelführer. Hier Danger 6. Moment. Ich bin auf Danger 6, oder? Ach ja. Hier ist Danger 6. Verfolge einen feindlichen Jäger. Das freut mich sehr. Ja. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Pflügelbomber. Sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Packt sie ab! Da ist Unterstützung. Helfen wir Ihnen! Das ist eine Gruppe Teiljäger. Wenn die Schilde weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Sie zerstören unsere Y-Pflügler. Wir müssen sie verteidigen. Noch mehr Tailljäger! Helfen Sie mir! Feindliche Schiffe nähern sich. Tailljäger im Anzug. Vorher ist Jörg. Jörg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Über provideden Sie einen ZDF für funk, 2017 распontieren Sie einen ZDF für funk, 2017 und変ne Zeitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ...igente Zeitung. Untertitelung. BR 2018 Erster Schild zerstört. Neuer Anflug für den anderen. Schilder ausgefallen. Unter Arbeit. Unsere Y-Zelland-Blöwler haben ihren Bombenangrepp. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallen wieder zurück. Das ist nicht gut. Tut mir leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theth. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Theth. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. All right. Danger 1. Wir vier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Ähm. Theth hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja, verstanden.